Herzlich Willkommen, liebe Leute, zurück zu den Softpark Stab der Wahrheit. Letzte Folge haben wir erfahren, wer den Stab der Wahrheit hat. Und heute wollen wir diesen mysteriösen Baden ausfindig machen. Gucken, wer er ist. Wer er ist. Ob er den Stab wirklich noch hat. Aber jetzt gucken wir erstmal hier unten ein bisschen. Wir haben eine neue Waffe bekommen. Neue Rüstung. Ich gehe mal davon aus, wenn Cartman das sagt. Ne, du hast es gesagt eigentlich. Dass er hier ist. Und dann haben die oben ja gesagt, er ist hier unten. Also muss er ja hier oben sein. Ich benutze ja hier nur drauf Vertrauen. Aber wie ist hier auch keiner. Da geht es ja noch weiter. Da ist er. Ist der, der, der... Wie heißt denn der Charakter? Ich habe so oft schon zur Aufgabe geguckt. Aber irgendwie kann ich mir die Namen nicht merken. Ich weiß nicht warum. Okay, jetzt der spannende Moment. Das ist da oben mal weg. War mir sogar schon fast. Hätte ich voll gelevelt. Aber nicht schlecht. So. Oh. 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 Oh Jesus, it's the Bard! Prepare for battle, weaklings. Elves, fall in. Deucebag, it's a trap! Nein. Nein. You should have never come here, humans. I am a level 10 bot. And with my loot, I shall power up my elven guards with magical songs of in- Kommt da noch was? Wiederholt sich das jetzt einfach nur? Magical songs have enchanted me? Okay. There once was a maiden from Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she swallow. Mhm. Das ist ein toller Test. So. So. Und Butters mit der rechten. Okay. Wollte ich einmal einen Optifresser bekommen? Au. Einmal hat er getroffen. Oh Gott. Das geht bis hier die ganze Zeit so weiter. So. Ein bisschen Heilung brauche. Hat Lutschbogen. Hat Lutschbogen. Hat Kontern ringen. Das habe ich gar nicht gesehen. Erstmal ihn heilen bitte. So. Und Fähigkeiten. Er trefft sie dahinter gar nicht. Hat er noch? Er hat noch. Er hat noch. Er bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Ich weiß. Dann klicken. Und die um zu werfen. Wow. Das ist ja voll krass. Ja. Genau. Wie oft wird er noch auf uns schießen? Und fließen die ganze Zeit auf uns? Ja. Ne. Wir können ja hier mal eine Furzastung. Hm. Mana Trank. Ja. So. Hm. Furzgranate. Wird nicht auf mich warten. Du wirst nicht auf mich warten. Wirst nicht auf mich warten. Bist du's Gas hießt? Boah. Das macht ja viele D-Buffs. Ist der Text jetzt in einer anderen Farbe? Boah, was? Was? Ist ja gar nicht unfair, wa? So, klicke mit der... Irgendwie kaum Schaden gemacht. Was? Wenn man die Attacken richtig macht, dann sind die echt stark. Langsam geht mir das Lied hier auf die Nerven. Stopp jetzt. Da kommt die Ärzte rein, oder was? Ja. Und da habe ich mal wieder gewonnen. Aber was ist Cartman eigentlich? Jetzt sind wir auch an euch vorbei, erst was geht. Ach so, das ist ja... Ach, oh mein Gott. Woher soll ich wissen, dass man das... Das wird auch... Wie wird dir gar nichts erklärt, kann das sein? Sterbe ich, wenn ich da durchgehe? Oh mein Gott, das war echt blöd. Drei Mal? Das war also ganz gut. Er hat Konter drauf. Mich erst mal auf den Heiler würde ich sagen. Hä? Hat er jetzt nichts gemacht? Wieso fährt's auch nicht gebracht, oder? Okay, ja, gut. Der kotzt noch. Warte, der stört jetzt schon wieder. Ist gar nicht gut. Wow. Wir müssen Butters mal wieder hochhalten. So. Boah, was? Ist echt stark. Okay. Hm, Röstung. Ich hoffe, er kann jetzt nicht angreifen. Oh. Jetzt ist er schon wieder tot. So. Jetzt nehmen wir auch mal den Heiltrang weg. So. Ist der Angriff. So, dann haben wir ihn auch gleich tot. Ich habe scheinbar auch Schaden hier. Oh. Heilen ist immer sehr wichtig. So. Wir sind jetzt eigentlich gleich bei der Tötete. Hey, der Kline. Oh, oh. ich habe dich gesehen was soll ich tun durch drauf ich hatte so besiegen können so eine dinge brauchen wir nicht so jetzt geht es wieder das stimmt er ist ein dieb cutscene cutman retten erstmal die da hinten wieder sehr wichtig obwohl es kann ich ja erst wenn ich hinten habe natürlich jetzt erstmal ihn aber wir sind deutlich unterlegen ich krieg das mit dem blocken immer nicht hin er hat nicht mehr zurückgeworfen so heiltrank den hammer von butters hier schon fast tot das sterbe ich oder ich kann das gar nicht aber ich kann ihn doch wiederbeleben oder nicht wiederbelebung so so er stirbt doch bestimmt eklig wieder dann hätte ich mal selber noch mal ein bisschen ob das so reicht weiß ich auch nicht so er ist ja schon fast tot da hinten lohnt sich das mehr sag ich ja ich habe ja dawn oder ouch und der letzte schlag ne heilen man nicht das ist lustiger dann natürlich soll es ihn heilen meine güte ich habe ihn ich habe ihn Ach nein. Das ist ja auch sehr verwerflich in diesem Spiel. Dass Kinder sind. So. So, wir besiegen die jetzt noch. Und dann würde ich sagen, was da ist mit der Folge auch schon. Was ist denn da draußen? Ja, ich versuche. Ja, ich versuche. Dann muss ich da erst mal was kaputt schießen. Ja. Sachbeschädigung. Für den was? Jetzt geht's herbar. Zacki, zacki. Jetzt geht's herbar. Alter, wie stark. Du hast während des Spiels 100 Angriffe geblockt. So viele schon. So, jetzt gehen wir auf ihn, auf den Priester. Okay, das war sehr gut. So, das kann ich jetzt machen und dann kriegen beide. Super. Okay, der Elf ist gleich tot. Perfekt. Und wer hat das geschafft, was er walten? Oh, was ist das? Ich glaube, hier ist glaube ich schlauer mit dem Dings. Aber er kann da ja nur zweimal mal angreifen. Das ist halt auch doof. So, den haben wir schon fast tot. Jetzt war ich scheiße geblockt. Was? Hallo? Wie soll ich das denn blocken? So, jetzt hallen wir erst mal Butters. Und töten den jetzt. Zack. Zack. Butters, halt bitte mich hoch. So, ich sterbe hier noch. Und der nächste Schlag. Okay, wir haben jetzt schon fast 100 Leben durch abgezogen. Wir müssen uns jetzt die ganze Zeit hier hochheilen. Das ist echt nervig. So. Hab ich noch Mana? Ne, hab ich gar nicht. Aber ich hab hier noch. Zack. Aber es hat scheinbar gar nichts gebracht. So gut wie nichts. Okay, das war sehr gut. Und zack. Au. Du. Freu ihr doch nicht. Hm. Mana-Trank. Und dann die Furz-Attacke. So, was darf ich nochmal? Okay. Batsch. Was? Immun? Ach stimmt, der hat ja eine Gasmaske auf. Bin ich blind? Oh mein Gott. Wiederbelebung. Wir müssen glaube ich echt mal was tun, dass unsere Charaktere nicht die ganze Zeit sterben. Wir machen halt auch kaum Schaden. Kann er sich eigentlich auch selber nur, kann er nicht. Aber wir können jetzt eigentlich nur draufhauen. Aber Bata stirbt eh gleich wieder. Eins, zwei, drei. Ja, das sag ich ja. Wir können nur noch... Der F-Fein macht den Griff. Das hab ich jetzt nicht so ganz verstanden. Er zündelt mich einfach an. Das ist okay so. Weiß ja nicht, was Wasser trinkt gegen Brennen hilft, aber... Hey, wo kommt der denn das her? Ich muss mir erstmal Heilung reinkloppen. Jetzt bin ich direkt tot. Aber wir haben ihn ja auch gleich schon. Und jetzt noch schnell den Heiltrank wieder. Oh, also der Kampf. Da haben ganz schön viele Ressourcen weg. Und wir haben ihn getötet. Ja. Wo ist der König? Er ist da oben. Er hat schlecht gebetet. Gut, dass meine Medizinskampen sind plus vier. Wir werden den Wizarden verbreiten. Ihr seid nach oben. Okay. Waldelfenrüstung. Wo ist das so gewollt? Ja, okay. Meine Güte. Ähm. Ich glaub. Kann man hier auch schon so eine Dinger benutzen? Tränke? So eine Dinger benutzen. Ich glaub, da ist meins besser. Mal hier. Ich hätte gerne einmal einen Mana-Trank. So. Der Rest ist ja noch ganz oben. Dann war hier. Keule der Heilung. Ne, da ist meins stärker. So, aber damit würde ich sagen, war es das mit der Folge. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Wir kennen die retten. Okay. Also dann, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Leute. Bis zum nächsten Mal.